hallo liebe leute und willkommen zurück zu amnesia nach dem herzenfakt den ich gerade hatte habe ich mich beruhigt ein paar volume eingeschmissen und weiter geht's so wir haben fünf teile wir haben beim letzten mal gelesen es gibt sechs jetzt werden wir uns hier mal ordentlich umgucken weil wir suchen auch noch ein magic mushroom damit er seine tinktur fertig kriegt magic alles bunte farben mir sterbigkeit in herzen faktoren habt ihr das gerade gehört habt ihr das gerade gehört dieser scheiß brennt hier doch nicht rum oder komm ich spiel mit dir selber und lass mich in ruhe komm schon jetzt gehen wir wieder hier runter und der bad ass läuft uns hinterher oder was oder das ist einfach nur die musik gerade da waren wir gerade da waren wir gerade das alles cool alles stuhl cool müssen wir irgendwie noch in diesen verdammten so sterben ist nicht cool da oben rumgammeln lag da was tatsache zack wo ist der schwung wo war team mobil man ihn braucht kann aber einen hinlegen wir gehen einfach mal hier gucken ich bin der meinung ich habe irgendwo sowas wie einen pilz gesehen kann natürlich auch betäuscht haben wir kommen hier auch nicht hoch irgendwie muss doch dieser blöde pilz sein das kann doch nicht sein ich habe nämlich auch da das gewebe ist ziemlich weich und sollte einfach zu öffnen sein okay dafür brauchen wir irgendwas zack sehr schön jetzt haben wir auch alle drei teile kann ich direkt zum blut hinzugefügt substanz muss erst gereinigt werden wie denn das so so muss erst gereinigt werden okay kann ich direkt zum blut hinzugefügt substanz muss erst gereinigt werden ja wie denn mit her das hier mal so ein bisschen waschi waschi so aber wir haben schon mal die teile das ist ja schon mal etwas das heißt wir müssen nur gucken wo wir das jetzt mischen wo ist sie kann ich das zeug vielleicht einfach hier am wasser wo unser was so goldene kuh waschen hier das mag er nicht hier das heißt wir müssen jetzt nur noch eine stelle finden wo wir das reinigen können ich meine doch das ich meinte doch vorhin dass wir den pilz gesehen haben aber ich war mir ich wusste ich dachte das gehört hier zur umgebung bisschen baller baller oh mein gott er ist wirklich da oh mein gott 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 mr mc30 ist hier hau ab du blöder nerviger typ da kommt er da kommt er wo ist er hin wo ist er hin du bist scheiße und du weißt es da ist er 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 oh mein gott oh mein gott hau ab hau ab hau ab hau ab hau ab hau ab Zurich lauf 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 oh ich habe gänsehaut man ich hasse ihn ich meinte doch wir haben von irgendwas gehört natürlich spinne ich ward ja war das wahrscheinlich gar nicht Nein, werde ich nicht tun. Aber ich will hier raus. Schweißausbruch. Angst. Unglaubliche Angst. Die dicke Flüssige. Die schluckte übermittelt den Druck. Blablabla. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir den Kram wieder sauber kriegen. Halt, warte mal, bevor wir weitergehen. Wir können ja, wir können ja. Wir sind ja jetzt schlauer geworden. Oder ich zumindest ein bisschen. Ähm, nein. Notizen. So. Hier steht ja, Tampagnen gegen Düfte etwas schwierig sein. Falsch. Ich glaube, es ist ein Bestandteil des Sekrets. Aber auch ein gutes, präparierte Quelle soll genug davon erhalten. Ja gut, das haben wir ja schon. Aber wie mische ich jetzt diesen Kram zusammen? Wie mischen wir das jetzt zusammen? Wir müssen ja irgendwo irgendwas finden, dass wir irgendwie irgendwo... Machen wir Mischi Mischi. Oh, 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 oh. Vielleicht mit ihm quatschen? Vielleicht im Atarraum? Ich weiß es ja nicht. Es könnte ja sein. Weil wir reden nochmal mit ihm. Vielleicht kann er uns sagen, wie wir das jetzt... Weil der Standjahr ist ja noch nicht gereinigt. Vielleicht hier irgendwas? Ach nee, hier war ja noch das Gedöns? Nee. Hier war es nicht. So, Tuffstepper. Da ist noch etwas anderes. Ja. Du sollst hurry, Daniel. Keine Zeit, um zu sitzen. Ja, ich weiß. Aber wie kann ich dein Kram zusammen mischen? So, Knochen, Schleim bedeckt. Kann ich direkt zum Blutzuschuss? Sonst muss erst gereinigt werden. Ja, aber wie denn? Mein Lümmels. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Uns fehlt auch noch so ein... So ein Ding. Eine Kügel. Aber... Wir gehen jetzt mal da hinten... Da waren wir auch schon mal nicht mehr beim Altar. Gucken jetzt mal, ob wir da irgendwo jetzt... Ob wir da drüben rein können. Das wäre es ja jetzt. Oh, ich schwitze. Ich habe mich auch gerade verjagt, Mann. Das klingt immer noch in meinen Knochen. Da geht diese scheiß Tür auf und explodiert und überblut. Und dann steht noch der... Der Typ da eben. Unser sympathischer Freund von dem an. So, gehen wir nochmal im Altar raum gucken. Vielleicht können wir es ja da irgendwo reinigen. Reinigen. Die Frage ist wieder, was meint er mit reinigen? Hier ist ja wieder so ein Opfertisch. Nee. Auch nicht. Aber davon abgesehen, so sieht es auch in meinem Keller aus. Ich habe ein bisschen mehr Platz gebraucht. Von den ganzen Umzügen. Da sammelt sich so einiges. Ach, Mann, oh 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 Mann. Ah, verpfeift dich. Du Wind. Gehen wir jetzt eigentlich endlich hier rein? Immer noch nicht. Das heißt, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Oh, 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 oh. Eine Kugel für eine Maschine. Das ist hundertprozentig für Dark. Da ist auch ein Schloss oder eine Kombination dran, oder? Das ist für nachher. Ich würde die ganze Anlage in die Luft jagen wahrscheinlich. Aber wie reinige ich jetzt das? Ach, ich dachte gerade, da kommt er schon wieder. Wie rein? Ach, Maul. Wie reinige ich jetzt das Zeug? Um die Tinktur für ihn herzustellen. Komm, wir müssen noch mal lesen. Agrippa, der sterbende Mann, braucht uns um ihn zu retten. Ja, auf der Notizstelle steht das von einer Mischung, die aus drei haben wir. Der restliche Kugel, bla bla, der Sockel, bla bla. Der Sockel im Atat hat eine Vertiefung, in die die Kugel passen könnte. Ja, der Durchgang zum Atat ist auf keines Hose weiter. Es wird eine Kugel nötig. Ja, 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 ja. So, das haben wir ja. Aber das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Ritual, nein. Entdeckung, nein. Hier fehlt uns leider eins. Das ist echt ärgerlich. Sonst haben wir alle. Das habe ich nicht mitbekommen. Irgendwie. Eins, zwei. Ja, da fehlt uns die drei. Echt ärgerlich. Nee. So, äh, wer verspottet mich? Hat er dann vertraut Ihnen doch einen wahren Grund und Ausregung? Da, 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 da. Wieder versucht er mein Bestes. Hm. Weil er sagte mir, dass ich Agrippa befeinen konnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihn eine, äh, Tonicum aus Lähmungsmitteln, Lebensessenz und, äh, Tampa farbreche. Die giftigen Pilze sollten eine lebende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplars finden. Und das habe ich ja. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Das haben wir getan. Den Lebenserstand könnte wie gewohnt aus dem Blutdienst belebigen, quälten Menschen. Das haben wir auch. Tampa hingegen dürfte etwas schwierig sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesem Buchschaben erschreit mir. Falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets, das Wasserbewohnern, äh, Kajang. Ich muss mit Viren darüber sprechen. Er muss mir den Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine, äh, gut gefallen. Ja, ja, ja. So. Ja, aber das, äh, beendet immer noch nicht meine Frage. Oder, mein, wie verdammt nochmal, mischen wir das? Es muss irgendwas hier, hier hinten sein. Vielleicht wollen wir nochmal hochgehen. Ich meine, es kann ja sein, da war ja noch eine Tür, wo wir nicht reinkamen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Es kann auch sein, dass ich mich täusche. Vielleicht kommen wir ja jetzt rein. Das wäre es ja. Was könnte denn die Lösung sein? Überhaupt nicht. Hier ist eh nichts. Hier gehe ich weiter. Da wird mir nur anders. Ja, wie kriege ich den Kram so weiter? Ja, ich weiß. Ich weiß, es tut mir leid. Ich bin ja auch voll gern bei dir. So, 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 so. Wir gehen jetzt nochmal rauf hier. Haben wir Licht hier. Man soll ja nicht gehen, ne? Ich bin nur am Rennen hier, weil mir das zu, ne, zu ne ist. Einfach ne. Ich meine, hier liegen Schädel und alles rum. Was soll denn das? Es rührt sich nicht. Es rührt sich nicht. Aber hier ist auch nichts. Hier ist irgendwas hinter. Hier ist schon wieder Hirnmaden. Wie sich's anhört. Darunter gehe ich hundertprozentig. Nein. Hundertprozentig. Nein. Computer sagt nein. Little Britain, wer es kennt. Mega gut. Computer sagt nein. Jo, jo, jo. Das sag ich auch mal. Nee. Wenn ihr einen Plan habt und ich es zu Ende der Folge immer noch nicht herausgefunden habe, dann schreibt es in die Comments, wie wir diesen Kram jetzt sauber machen. Ich weiß nur nicht genau, was er damit meint. Äh, es ist mit Blut gefüllt. Kann nicht direkt zum Blut hinzu. So ein Stunt muss erst gereinigt werden. Das ist die Frage. Über ein Ritual, über ein Blutritual. Was möchten die von mir? Muss das gereinigt werden? Ja. So ein Blutaltar oder was. Wo muss ich dafür hin? Wo muss ich dafür hin? Ich würde ja gerne sagen, ey Meister, ich hab die Teile. Was soll ich jetzt damit tun? Es rührt sich nicht. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? So, ich bin jetzt. Hey, na. Ja, ich weiß. Ich geh mal ein Stück weg, sonst labert er uns voll. So, wir werden hier eine kleine Aufnahmepause machen. Ähm, wir haben die 15 Minuten erreicht. Ähm. Tja, ja, dann komm, wir gehen hier noch ein Stück weiter. Also hier hin. Und, ähm, ja. Mal einen Kopf machen. Wie können wir diese Teile, wenn jemand das weiß, ne? Schreibt es in die Comments. Würde mich sehr freuen. Falls ich sie selber schon herausgefunden habe in der Zwischenzeit. Ähm, und ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. So, und damit haben wir wieder eine Folge beendet von Amnesia. Und die totale Planlosigkeit ist wieder eingetreten. Was müssen wir machen? Aber das kriegen wir schon raus, weil wir haben es bis jetzt die ganze Zeit geschafft. Und wir schaffen es so wieder zusammen. Selbstverständlich. Wenn euch der Kram gefallen hat, den ihr gesehen habt. Oben links könnt ihr alle Folgen sehen, die bis jetzt gelaufen sind von Amnesia. Rechts seht ihr The Walking Dead und The Forest, was sehr viel Laune macht. Und unten links könnt ihr mich abonnieren, wenn euch der Kram gefallen hat, den ihr gesehen habt. Und in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.